Hallo und Herzlich Willkommen zu Hardcore Skyblog Ja wir waren ja in der letzten Folge damit beschäftigt hier den Baum wegzunehmen vermute ich jetzt mal wo er so vor mir steht bin genau da wo ich letztes Mal aufgehört habe und ich entlaube mal hier schnell die Bäume ich weiß gar nicht mehr was wir machen wollten wollte mir diesmal extra die letzte Folge mal angucken um zu gucken was haben wir denn gemacht ja ich habe keine Ahnung ich weiß noch dass unsere andere Pickaxe kaputt gegangen ist weil irgendjemand sich da hinten in den Tod stürzen musste ich will keinen Namen nennen wer das war das war sehr dramatisch ist aber mittlerweile auch schon ein paar Folgen her und ich traue immer noch dieser Pickaxe hinterher mit Auto Repair war schon was naja gut dann müssen wir uns hier wohl an der Seite hoch bauen haben wir denn überhaupt genug Scheren bei ja nicht ja nicht haben wir bei hier haben wir ja unsere automatische Sandmachmaschine die läuft auch gut hatten wir das letzte Mal ein bisschen rausgenommen hier hatten wir komplett Cobblestone voll hier ist voll könnten wir aber mal noch was nachschmeißen wenn man es braucht es ist gut wenn es da ist was ist jetzt hier jetzt ist ja anders Moss produzieren wir gut haben wir hier irgendwo Eisen nicht im geringsten wir können Holz hier lassen machen wir hier sauber wann haben wir Holz wir haben ja nur richtig viel Holz gut hier haben wir Eisen na so viel brauchen wir nicht machen wir drei Scheren die müssten reichen ja hier hatten wir ja unseren automatischen ja Dingsi Bumsi es wäre natürlich auch schön wenn da was drin wäre Dicke Nickel das wollen wir da jetzt nicht durchschieben ach wir haben jetzt echt nüsch da das ist aber auch scheiße was wir da haben ach mein Gott dann müssen wir schnell mal was essen und dann werden wir uns mal halt hier runter ja baaah voll dein Leben ähm essen wir was können wir eigentlich aus dem Bohnen Möchte ich jetzt wissen Möchte ich ja irgendwas davon kochen können Kau Ach haha wo sag ich jetzt ne Zitrone bitte und ne Zwiebel oder Dingsbums ja in dem hier Zandflower Seeds daraus macht man Öl mhm schick schick äh hatte ich nicht irgendwie Brot gebacken ich glaube schon bin mir nicht sicher aber ich vermute wir hatten Brot gehabt irgendwo ups warum drehen wir uns jetzt hier im Kreis äh 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 ach wir wollten ja zu viel machen hm 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 machen wir erstmal Steine damit der da was zu tun hat und fehlen uns am Ende Ressourcen und ja ja wir kommen zu Januscht mhm sehr schön gebaut sehr schön gebaut ich möchte sagen besser kann man nicht bauen oder so ich wollte den Hammer aber ich hatte sogar Eisen in der Tasche Menschen machen aber hätte ja eh nicht gereicht für 2-3 Scheren der Baum wird ja da ein bisschen länger stehen die Inver die Inver Schere ist ja schon fast kaputt die hält wahrscheinlich auch nicht mehr lange da ist mir wahrscheinlich eine Eisenschere eh nicht geholfen hat dann ach ja endlich mal wieder neue Folgen hier produzieren ich liebe dieses Spiel ist manchmal schon echt traurig wenn man 5-6 Folgen hat und im Grunde nicht aufnehmen kann weil wo sagen wir hin mit den ganzen Folgen erstmal erstmal dann traurig dass man so ein Spiel nicht weiterspielen kann und ich finde das Spiel echt super so macht echt Spaß hat immer noch nichts zuerst sexy ach irgendwie ist noch ein Ding erpannen warum musst du denn schon nur auf und das ist das ist das ist hm jetzt werden wir mal wieder ein bisschen was zum durchsippen weil Diamanten brauchen wir ja eh war ja so ein Problem was wir hatten wir hatten ja nur 5 ich wollte ja theoretisch so eine Wand bauen um die Plattform sehr schnell effektiv zu vergrößern war ja noch so eine Sache die ansteht weil wir müssen ja wirklich sehen dass wir hier ein bisschen zur Rande kommen und dann hatte ich mir überlegt man könnte unten von der Kiste vielleicht so ein Item Dax bauen damit der Cobblestone direkt in dieses Lava Fass geht automatisch das müsste doch theoretisch gehen oder? ja dann müsste ich da nicht immer nachstecken Möchtest du so ah ja meine Axt wie willst du denn die durchzippeln? hm gucken wir mal Item Dakt da haben wir so da brauchen da brauchen wir Zinn und Blei Tin und Blei Blei haben wir hier und Zinn haben wir da hier bitte mhm mal gucken ob das klappt würde mich jetzt wirklich interessieren da ist mal ja hm 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 und dann schluss habe ich natürlich wieder nicht bei oder ist der hier unten? hm nein ach Gottchen man dann kann ich die Treppen hier, wird Musik unbedingt irgendwie ändern, das nervt mal so Ah man Da raus, ne? Ja, nimmst du ja auch in die Hand, so Äh, Scheiße Oder wie war... Da gab es so einen Schalter Und weiß ich natürlich nicht wie die heißen Schalter werden sie nicht heißen Schalter Irgendwelche Schallplatten Definitiv nicht Äh, ne 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 Bienchen, wozu sind die ganzen Bienen und sowas da Ach, wie heißen die Dinger denn bitte Ja Hebel Plaster, Stein und Kies Stein Hektare Ah Schon wieder kein Kabelst oder so, dann kannst du da rin Ach, die Kiste ist da leer Äh So war und so War das richtig? Das war richtig Äh, Schwabiii Autschen Da Da Passiert mal Passiert mal? Passiert mal? Komm, passiert mal was Was passiert überhaupt nichts? Warum passiert nichts? Die sind da aber für Items Wäre ja Blödsinn Wäre ja Blödsinn Lava da rein wäre ja auch Blödsinn Nö, das muss so sein Verstehe ich jetzt nicht Verstehe ich jetzt nicht Wäre ja Servo dafür? Dafür habe ich da den Schalter oder? Klatschen wir mal ein Servo rein Glaub wir hatten hier noch einen Hatten wir Ciao Ich sterbe hier noch Ist jetzt? Nö Jetzt geht was Hm 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 Gero Irgendwas mache ich hier falsch oder? Mache ich hier etwas falsch was würde man sagen ach hei hier voll hei hier drin und warum ist das von oben drin würde vielleicht Sinn machen aber nö ach quatsch nö macht irgendwie nischt doch jetzt ich weiß nicht was ich gemacht habe aber jetzt jetzt geht es sehr schön das ist schön das ist schön das ist schön cool sehr schön kann ich da doch was dann geht es da hoch man macht ja heute schon alle die schafft haben eine tolle sachen gebaut ich bin ja schon fast ein bisschen stolz da haben wir schon richtig sachen gemacht das finde ich gut so muss es sein holz brauchst du nicht weg kloppen hier ja nicht runterfallen alles nur nicht runterfallen ich wusste dass die scheren sehr knapp werden aber umso besser wir haben ja unten unsere automatische ja erdeproduktion dafür brauchen wir ja immer nachschub ne dann machen wir den scheiß baum hier auch weg dann machen wir da um gleich die dinger weg bevor wir da wieder an die rand kommen da und dann hier den scheiß direkt mal weg ein riesen baum ey man braucht so große bäume ich glaube ich sagt das öfter beim eikschaftsspielen ich hasse diese hohen bäume ich hasse sie und zwar leidenschaftlich hasse ich sie so den stamm habe ich schon weg wa dann habe ich gerade gesucht den stamm machen wir hier alle durchsammeln das ist der schalter plop 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 hallo baum blöse momo baum bitte Aber es sind zwei davon Vielleicht ist der nächste Baum weg Kleiner, das macht Spaß Die sind gleich weg Fertig Bums Natürlich hat man bei den größeren mehr Rane Aber Voll viel Rane Und 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 Vielen Dank. Nicht? Vielleicht da irgendwo Ach! Geh! Das ist doch gar nicht lang, oder? Ich glaube Ich muss doch kurz Ich hab nicht angefangen Ich hab nicht eingefangen Alter, ist das geil. Ist er noch geiler als vorher. Ist ja echt geil. Ist er noch automatischer als automatisch. Gibt es die, oder? Ja. Und sind vom Abschluss noch voll, oder? Ja, Hammer. Absolut, Wahnsinn. Gut, verendet die Folge. Ach, ich krieg's recht. Ich komm hier rum. Okay. War schön. Schön. War schön, dass ihr dabei wart. Sie sehen, wir haben hier einen Chip hier gemacht. Ich freu mich, wenn ihr den nächsten Mal wieder geht. Lasst mir gerne Kommentare. Schreibt mir was Schönes. Ich hab's mal ein paar Tipps. Oh, ihr seht ja, ich krieg's immer noch gar nicht raus. Wie funktioniert. Aber, die könnt ihr ja gerne. Und, ich schaue nun mal. Bis zum nächsten Mal. Tschaui.